so keine pause mit den heiß heute gibt es ein bisschen normale mission und dann geht es beim nächsten mal mit den heiß weiter oder bei denen irgendwann mal nicht so er ist da hinten irgendwie kauf gemüse oder verkaufte gemüse na ja ja was verfolgt uns sagt verschafft du bist wenn du eingeladen hast mache ich sofort so so jetzt habe ich noch 111.000 ich hoffe das auto jetzt 1,6 millionen bezahlt komplett voll so ihr seid eingeladen ja da fühlst du dich am wohlsten sagt ihr wenn ich starten kann von meiner seite aus ja Yvonne ja 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 So, rechte Anna. Ananas, Ananas, am liebsten mag ich die Ananas. So. Wo steht hier? Nein, ich hab da oben. Hast du dein Auto? Ja, gut. Ich hab ein Auto, ja. Hi, Vater. Entschuldigung, du kamst so schnell nicht drüber. Entschuldigen Sie da vorne, Sie haben da ein Rücklicht kaputt. Habe ich den Motorradfahrer? Lassest du gerade Autos zu besteigen? Also nicht. Ich brauchte ein bisschen Lüftung am Motorrad. Oh, tschüss. Was? Hä? Ja? 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 Vorsicht, von unten könnten auch welche kommen. Also ich weiß ja nicht ob das Poppen hier in so einem Haus hygienisch ist. Gute Frage, ne? Du hast einer geholt? Ja. Ab nach unten. Wo ist dein Auto, Kev? Ich bin schon quasi auf eure Höhe. Wo ist die alte? Hier. Steck hier mit ein, bitte. So, weg hier. Los. Die können wir die Typen am wenigsten. Wie gesagt, schließen kann man nicht. Ne, okay. Das kann nur ich. Hier. Aber brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, ich hab die Dingsplatten drauf. Die Startplatten da. Aber ich bin schon gewöhnt. Ich kann Motorräder. Motorräder kriege ich schon irgendwie weg. Sollen sie doch kommen. Da kommt wieder was. Das sind ja nie nur Motorräder, die einem entgegen kommen. So. Irgendwas klebt hinter uns, aber das ist nicht groß von Gefahr. Die Frau aus dem Bordell jetzt hinten. Also etwas klebt hinter uns könnte schon ganz akkurat sein. So. Thomas ist schon wieder online. Jetzt kommt er wieder. Ich kann durch. so aber erstaunlich jetzt ein paar kilometer war ich gar nichts mehr entfernten mit füße verfahren hatte zu früh abgewogen hier geht's runter deshalb aber schnell davon okay thanks sehr gut gefällt gut wenn man als nächstes überlebenskampf könnte man machen überleben an der milzbank kann man machen so Vielen Dank.